Wir sind da! Gino? Gino? Dino? Joe Magic, also im Büro ist er auch nicht. Das ist also Ginos Reich. Ja genau, das ist Ginos Aladdin Multidinos Reich. Apropos Aladdin. Aladdin, Aladdin Wunderlampe. Ich probier mal, ob ich ihn hiermit erreiche. Gino! Gino! Da bist du ja! Ja, du hast es gelacht. Was macht ihr hier? Ja, wir dachten, wir besuchen mal dich hier in deinem Heimwerk. Du hast ja schon viel zusammen gebastelt. Deswegen dachten wir, heute zeigst du uns, was du noch so alles mit dem Ball in deiner Werkstatt kannst. Alles klar! So, ich denke, das sollte vielleicht... Krass, was ist das? Ja, damit stemmt man Häuser runter. Du brauchst auch eine Spitze. Ich denke mal, damit könntest du sowas anfangen. Ich versuch's mal. Das ist ja schwer! Magic! 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 Magic, was los? So, Magic ist wieder da. Die Maschinen habe ich wieder zurückbekommen. Jetzt drehen wir einen ab. Ja! 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 So, wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es, besucht unseren Kanal oder habt ihr neue Vorschläge, sagt einfach, wo wir es drehen können, denn wir drehen durch.